10 Platinen, das heißt, ich brauche hier von 20. Jo, Produktion beginnen. Okay, in der Zwischenzeit gehe ich wieder... Warum läuft hier eine Eule um? Okay. Hier grillt auch keiner weiter. Ist alles wie immer. Keiner hat Bock, Torte zu backen. Ne, hat keiner Bock. Hallo, Reptiro. Oh, da ist noch einer. Warte mal, da gehen wir mal ganz kurz rüber und gucken mal, ob Reptiro ein gewisses Interesse hätte, in meiner Sphäre zu bleiben gleich. Ich schieße dir schon mal von Latz. Dann macht nämlich hier meinen Würm schon mal... Okay. Ich sollte vielleicht auf Reptiro selber nicht mehr schießen, wenn das mein Würm schon tut. Dann ist das ziemlich nutzlos weil der jedes Mal stirbt. Aber wir haben ja noch einen in der Hoffnung, dass es da besser läuft. So, Würmer. Mach mal. Was hast du denn jetzt gemacht? Jetzt hast du es verkackt, ne? Ja, jetzt schießt du nämlich vor den Baum. Dumm, wie du bist. Ja, ich versuch das jetzt mal. Ich sammel dich einfach mal ein. Naja, die werden die schon irgendwann da reinkriegen in das Ding. Ich bin da ziemlich optimistisch, dass das irgendwann was wird. Oh, war ich ja. Hat funktioniert. Dann könnten wir den Würm da oben holen. Das wäre auch toll. Meine Munition ist schon wieder nah am... Ich müsste dann noch mal ein bisschen Metall... Das war auch absehbar, dass das passiert. Ich wollte ihn gerne einfangen, aber hey... Da hinten sind wir doch der Anhänger der Palzucht. mit Flamme. Ich gehe mal kurz hier oben gucken. Da oben sind Flambellen. Die Flambellen haben den Nachteil, die rennen weg. Die pennen irgendwie auch. Die ist rausgekommen. Warum? Ja, das war das, was ich verhindern wollte, dass er drauf schießt, weil er ist nämlich... Bist du meiner? Ich hatte gerade ein bisschen Angst, weil da sind nämlich auch zwei. Oh, da sind auch wohl Maxe. Die flüchten auch. Okay. Dann kann mein Plan ja weitergehen. Wir... kümmern uns um die zwei da oben. So, wie sieht denn die Stimmung hier so aus? Aua. Eieiei, ich sehe gar nichts hier. Da ist es... Komm her. Wir haben einen Fangversuch. Ja. Oh, ich habe meine Pistolen-Molition ja noch gar nicht. Egal. Ich habe noch ein Reptivo gesehen. Ich hole mal gerade meinen Würm wieder raus. Wir könnten ja mal mit der Muskete spielen. Das wäre ja vielleicht auch mal eine Option. Wobei es keine Gute sein wird, aber hey. Ich meine, mein Würm soll ja eigentlich sowieso den Hauptteil der Arbeit machen. Und wenn alles gut läuft, macht er das ja auch, aber er ist halt... Er ist halt ein Killer. Und was... Irgendem... Au, was war das denn, Digger? Kannst du das erklären? Jetzt sieht es gut aus. Schön. Die Reptivo hat sich gedacht, ich gebe auf. Ich habe eine Frage zur Flammbälle. Gut. Das funktioniert so. Ah, das sah ganz gut aus. Okay, die kann gerne wegrennen. Ich weiß auch gar nicht, ob ich für die Flammbälle... Ob ich da so viele von brauche. Da oben sind noch mal ein paar von denen. Die hätte ich auf jeden Fall gerne, weil auf denen kannst du bestimmt da irgendwie auch reiten oder die kannst du als Geschoss werfen oder... Da sind auch ein paar davon. Das ist auch ganz toll. Jetzt ist die Frage, was macht man zuerst? Pass mal auf, wir gehen mal zuerst die Würms machen. So. Er regelt das? Okay. Ja, er regelt das wirklich. Ich wollte eigentlich... Oh, jetzt kommen die da noch angehumpelt. Das muss jetzt nicht sein. Kannst du jetzt mal hier durchladen? Danke. Immerhin habe ich auch was beigetragen. Hast du aufgegeben, auf den zu schießen oder was ist los? Ich bin mir da ein bisschen unsicher. Was seine Kampfrichtung angeht. Ah, jetzt macht er ihn kalt. Ja, das war klar. Ja, komm her. Da fliegt irgend so ein Wurm durch die Gegend. Auch ziemlich interessant. Hast du den jetzt nicht einmal getroffen? Was machst du? Pennt du an der Wand oder was? Ja, und jetzt hast du... Alter, Finne. Der kann entweder ganz oder gar nicht, ne? Ist ja nicht was um die Ecke verschwunden. Oh ja. Da ist was um die Ecke verschwunden. Meine neuen Freunde. Oh. Geh mal besser in Deckung. Okay, das funktioniert immer nur so semi, das in Deckung gehen. Ui, das war knapp. Ich hole mal Würmer zurück. Hier fliegt schon wieder irgendwas durch die Gegend. Ich habe es doch gesehen. Was ist denn hier los? Ich kriege hier nichts mit. Warte mal, wo sind wir denn jetzt hier? Ich gehe jetzt mal hier nach links. Oder rechts halt. Rechts. Ist das, ist das, ist korrekt. Aha. Ah ja, dann, ah man kann dann da hoch wahrscheinlich, ja? Ah, wir gehen mal gucken. da ist bestimmt auch so ein Plateau. Oder? Na, da ist Vulkansache. Nur, das ist ja ein Traum. Ja, da ist ja ganz herrlich hier. Da ist ja ein ganzer Traum in der Gegend. Da gibt es ein paar Würms, würde ich sagen. Okay, Moment. Wenn es da Würms gibt, muss ich vielleicht mal kurz landen. Das war falsch, aber, aber gut. Das war, das war so in Gänze falsch. Ich wollte gucken, ob die Würms vielleicht ein gewisses Interesse hätten, hier hochzukommen. Das liegt aber immer daran, dass ich gar nicht weiß, wo sie sind. Ich habe sie mal angeschossen, vielleicht. Ich bin hier oben. Seid ihr doof? Hier oben. Ja, ihr müsst nur hier über den Vorsprung. Hör mal, hör mal, komm mal mit. Ja, ich glaube, die sind, ich glaube, das ist, äh, ich glaube, das ist zu anspruchsvoll für die. Das, das zu checken mit dem hier hoch. Was liegt denn hier rum? Ah, Leder. Okay, dann, bleibt halt da, wo ihr seid. Ich kann euch dann auch nicht helfen. Und ihr mir ganz offensichtlich auch nicht. Ich habe ein bisschen Angst, wenn ich hier unten drunter landen sollte, dass mir völlig der Arsch wegfackelt. Also hier unten. Einfalle. Hier ist ein Würm, guck mal. Hier, das scheint ein Würmhochburg zu sein. Es gibt hier nur Reptairos und ein Würm. Und ein paar Flambellen. Oh, da ist ein Ei. Das nimm mit. Ich wollte eigentlich mal gucken, dass es irgendwas, wo fiel der denn hin? Warum fliegst du denn so schnell? Hast du irgendwie, oh, da unten sind, da sind Viechers. Ich steige schon mal ab. Waffe ist geladen. Die Sache wird rund. Und die Sache, die wird so rund, wie sie rund werden kann, wenn er schießt. Oh, der Würm, der ist jetzt heiß auf mich. Moment mal, da muss ich mal meine Doppelflinte rausholen. Der killt den da, ne? Ich muss ein bisschen aufpassen. Ich würde den gern einfangen. Also beide. Oh, oh. Der ist schon ganz schön angeschlagen. Ich werfe da schon mal. Ja. Warum? Oh. Ja. Oh. Oh, der Würm wäre weg. Ah, gut. Das war, das war ein ganzer Traum. Da wäre er ein Dungeon, aber naja, wir wollen es ja jetzt auch nicht so übertreiben, ne? Muskete, einmal bitte durch, durch, durch Flinten. Auf ihn hätte ich schon mal geschossen. Jetzt kann er seine, jetzt kann er seine, seine, weiß ich nicht, was er jetzt alles abfeuern will, kann er jetzt abfeuern. Oh, oh. Das war, das war falsch. Das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich nachladen. Das war eigentlich der, der ganze Gedanke dabei. Machst du jetzt mal weiter? Himmel, Herrgott, streichel den doch nicht so. Gut, dann schließe ich halt selber drauf. Jetzt musst du zurückkommen. Ja, ja. Ja, der kommt noch fünfmal raus. Das ist, das ist schon einkalkuliert fast. Dadurch ist es dann entschieden, drin zu bleiben. Oh. Ah, das sind Pirates. Okay, da unten fliegen, da waren irgendwelche Viecher in der Lava rum. Das ist natürlich auch total klar. Wenn wir absteigen, ich würde die gerne anschießen. Weil der macht ja sowieso erst mal sein, sein Mega-Ding. Und dann habe ich schon mal einen nämlich in der Sphäre. Vielleicht bleibt der ja auch direkt drin. Das würde die Sache ziemlich einfach machen. Danke. Das war nett von dir. Und jetzt kann ich mich um den Zweiten kümmern, wenn der dann irgendwo rumkaspert. Machst du jetzt mal, aua. Schießt du mal auf den? Würm, Würm, Würmfrau. Ah ja, er hat, er hat einen, komm mal her. Bevor du dir irgendwelchen doofen Scheiß machst, sammle das lieber mal ein. Oh, hier haben wir eine Kiste. Da ist ein bisschen schöner Schiss drin. Da oben ist ein Würm. Ich würde da gerne kurz hin. Das ist auch eine klasse Statue. Mal hier, ne. Guck dir das mal an hier. Klasse Ding. Der Würm fliegt allerdings vor mir weg. Ich lock den mal, ich lock den mal zurück. Indem ich drauf schieße. Oh, jetzt ist er schon, jetzt ist er schon in Range. Prima. Den hätten wir auch. Oh, ne Livmang-Statue hätte. Oh, da ist noch ein Würm. Aber der macht auf der Lava rum, ne? Ja, komm mal zurück. Ich muss mal gerade die Karte checken. Ich muss auch mal hier vorne, äh. Okay, da muss ich erst über die Lava, da müssen wir uns, da müssen wir uns natürlich komplett ausruhen, ne? Das wäre abstürzend, das wäre. Ah, da gibt's wohl Maxe. Ja. Ist immer ein bisschen falsch, muss ich da machen. Ja, das war mir irgendwie klar, dass du den grillst. Ich wollte den abwerfen. Das war alles. Ah, da hatte ich auch erst drei von. Das habe ich vorhin auch nicht so gut sehen können, irgendwie. Gehen wir mal kurz hier oben das Ei holen, ohne vielleicht dann der Lava zu fallen. Ich weiß nicht, ob mir das was macht. Ich will es aber auch irgendwie nicht ausprobieren. Und dann drehen wir rum und da muss ich mal gucken. Ich müsste jetzt hier nach rechts, ne? Wenn ich das so richtig sehe. Ja, das sehe ich richtig. Aber da ist ja nichts unten. Ah, da sind noch mehr heiße Eier. Ich wollte eigentlich mal hier Level 43 werden. Wie sieht denn das aus? Ist dir da ein gewisses, ein gewisses Interesse, mich da zu unterstützen bei der Sache? Ist hier unten irgendwas? Ich meine, das macht ja keinen Sinn, da hinzufliegen, wenn da gar nichts ist. nur weil mir da, da unten sind, da unten sind noch ein paar Würms. Na komm, wegen dem Würm gehe ich jetzt, weil mehr Würms ist für die Verbesserung meines Würms sehr gut. Musket ist durchgeladen. Prima. Dann Feuer. Das war's. Oh. Wow. Ja. Ja. Der einzige Nachteil ist, es gibt nicht so viel EP. So, Moment mal. Ich müsste ja weiter nach da, ne? Ich geh mal gucken, was da ist. Was ist denn da? Nix. Ne, ist nix. Okay. Na gut, das ist dann... Dann machen wir mal zurück. Ich hab nicht mehr viel bis zum Level ab. Das wäre mir jetzt irgendwie da unten zum Flambellen. Okay, da gibt's dann... Da gibt's ein bisschen was gibt's da schon. Und da sieht's irgendwie auch heiß aus. Weiß ich gar nicht, war ich da schon? Ach, stimmt. Wir fliegen jetzt mal hier so am Rand lang. Äh, da ist ja... Da geht's ja auch ruf. Da machen wir jetzt hin. Da machen wir jetzt hin mit MC-Würm. Oh, da ist noch ein Reptai, wo... Den... Den schieße ich mal direkt an, dann kann mein Würm sich schon mal... ...bereit machen. Oh. Naja, dass der beim ersten Mal drin bleibt, ist ja unwahrscheinlich. Und vielleicht auch nicht direkt beim zweiten Mal. Und da ist das Level ab, auf was ich gewartet hab. Ein Troum. Dann könnten wir... Ich erhöhe mal... Ich weiß nicht. Ah, mein Verteidigungswert kann ich gar nicht erhöhen. Aber ich könnte das Arbeitstempo erhöhen. So, MC-Würm ist wieder da. Wir gehen mal gucken, was hier so... ...was hier so Phase ist. Es wird ja schon wieder Nacht. Und wir müssen dann gleich mal nach Hause, weil da sind die Eier fertig. Oh, da ist noch so ein... Da ist noch so ein Tier. Da werden wir erst mal ganz kurz absteigen. Dann müssen wir mal ganz kurz hier rüber. Und das heiße Jumbo einen mitnehmen. Und dann... Oh. Ah ja, ich weiß, da sind zwei. Ah ja, ich weiß, da sind zwei. Und die gehen's prima. Okay, der war vielleicht ein bisschen weit geworfen. Aber nur ein bisschen. Hab ich eigentlich... Was ich spannend finde, ich hab bis jetzt nur den einen Wegpunkt am Eingang gefunden. Und auch sonst eigentlich ganz wenig hilfreiche Sachen. Und gerade das? Oh. Alles klar. Oh. Untertitelung des ZDF, 2020